Leser, vor Gottes Angesicht nehme ich mich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod und Scheine. Ich will dich lieben, achten, ehren alle Tage meines Lebens. Ich bin ein Lieblings-Gesemü. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020